naja und cheerio meine freunde willkommen zurück zu fairyfenster f weil es ist ja eigentlich das original vom playstation 3 damals ist nur halt unbenannt worden mit aufs team auch noch raus kommen kann so ich würde mal sagen wir machen weiter ich habe mich hier zu ich habe mir heute mal was gegönnt weil ihr müsst wissen es ist samstagmorgen halb acht jahre richtig mal acht war schon einkaufen gewesen habe mir jetzt leckeres mode und steht jetzt vor mir und ich würde sagen wir ziehen einfach mal rein wir ziehen einfach mal durch und go look for wala war für wala so gut danke ihr wertvollen kunden willkommen wertvolle kunde danke für eure treue nachdem da ich euch ja so sehr liebe habe ich unglaubliche informationen für euch wie klingt dieser preis 1000 wort lola du machst mich arm danke ja toll wieder so eine geisterstadt oder was muss sagen ich habe mir meine eigene folge jetzt vor kurzem angeguckt das mit der geisterstadt da wo wir wo diese käfer sich ja die villager da eingehen verleibt haben ich bin jetzt gerade nicht so scharf da auf die nächste stadt zu finden nun lass uns gucken apparently also unser lot in gerüchten soll eine fury in solari village sein aber vor kurzem hat ein sehr rüpelhafter fenster namens senk die stadt übernommen und sagt die fury gehört ihm es scheint nicht nur dass er ein unglaublich starker fenster ist aber er hat auch noch den ruf eines brutalen gesetzlosen wie konnte er nur die fury als erstes finden wenn das der fall ist müssen wir diesen kriminellen besiegen und die fury übernommen ich sollte dir das überlassen fang was ich muss diesen typen fertig machen natürlich wer denn sonst ach komm bitte also die ausrede könnt ihr vergessen erzähl mir nicht dass du uns wunderbaren ladies dass du willst dass wir unfakbar wunderbaren ladies diesen gefährlichen mann bekämpfen fang ein richtiger mann würde diese herausforderung annehmen ich habe nicht zugestimmt irgendwas zu tun lass uns tun fang wenn wir diesen senk besiegen dann werden die dorfbewohner sehr sehr dankbar sein und die werden uns aber einfach die fury geben die werden dich vielleicht sogar einen held nennen held oh gott ist das euer ärzt das böse zu besiegen und die unschuldigen zu retten fang du musst ein held werden hört auf ich bin nicht so ein art typ ernsthaft immer dieses log wort essen die dorfbewohner werden wahrscheinlich so dankbar sein dass sie ein großes fest veranstalten ok von nun an werde ich fang der heroische sein ich werde diesen bösen fenster in den arsch treten bereite dich vor zu sterben zeng das will ich hören nun unter diesen umständen habe ich eigentlich nichts dagegen dass fang so niedere motive hat was hey solange ihr seid kann ich euch daran interessieren diesen androidischen vereinigungsroboter du musst dich sauber halten oder der roboter wird dich von an ort und stelle von dieser welt reinigen ist das nicht unglaublich ähm nö so so wieso kommt die denn im Moment ähm wir können mal wieder in den neuen shop gehen nö 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 deine fehler nicht mehr aber wahrscheinlich weil sie sich ja aber die gruppe verlassen haben du genau so du hattest dings gehabt ne hier ja nelly eigentlich wollte ich noch weiter machen muss sagen dass an meinem tollen gamepad die lb taste kaputt ist das nervt mir so dermaßen also werde ich... what the fuck? ähm nö das heißt ich darf im nächsten mord mir ein neues pet drauf ich frag mich warum ich hab damit überhaupt nichts gemacht 79, 98, 139 ach ich spare noch mal ich werde noch mal für diese missionen sparen nein stop da war ein sub-event nein ach das ist jetzt so ein spezieller tower wo wir jetzt die ganze zeit immer hoch können okay was schreibst du dabei aus? oh ich habe gerade an ein neues dessert gedacht also habe ich mir das rezept aufgeschrieben ach das ist so cool ich kann überhaupt nicht glauben dass du so einfach das herz erfinden kannst so beeindruckend ist das nicht ich ist einfach ein naturteil ein natürliches talent von mir wirklich struggles okay also ich konnte es nicht ertragen wie harley sich so gequält hat sich um sich selbst zu kümmern also habe ich begonnen kleine märzeiten zu kochen aber je mehr meine kochskills die ich verbessert haben desto mehr desto spaßiger wurde das deswegen habe ich dann begonnen so hier zu erlanden du bist wirklich leidenschaftlich ja ich denke schon bevor ich es überhaupt gemerkt habe habe ich sauber gemacht und die wäsche gemacht und naja über die über die zeit bin ich dann bin ich das denn gewohnt worden gewohnt worden genau habe ich mich daran gewöhnt den haushalt zu machen aber ich muss zugeben ich bereue es schon warum nun weißt du was was gibt's wir reden nur ein bisschen brauchst du etwas oh ja weißt du wo meine unterwäsche sind wirklich dein ernst ich sag das schon zu gar nichts mehr ich habe gerade ein bad genommen und nun habe ich dann habe ich realisiert dass ich vergessen habe mir ein frisches spa mitzunehmen was du trinkst gerade keine unterwäsche was ist denn das große problem dabei es ist nicht so als wenn ich sterben würde weil ich keine trage darum geht es doch gar nicht außerdem außerdem habe ich dir gestern schon bereits erzählt wo ich deine unterwäsche gepackt habe oh hast du das habe ich davon dass ich dich verwöhnt habe los beeil dich und zieh die unterwäsche an ja das ist ja wirklich sehr leidenschaftlich was unterstand geht auch kui nun ich denke das passiert wenn du dich zu sehr von jemandem anhängig machst das ist wirklich ein schlechtes beispiel nur wir beide müssen sicher gehen dass wir unsere partner nicht auch verwöhnen kui kui also worauf habt ihr denn geredet zieh die endlich unterwäsche an ich frage schon gar nicht mehr ich lasse das ganze mal umkommentiert ich sag gar nichts so warum flackert das denn gerade so ein bisschen ich denke mal das flackert gerade so ein bisschen weil ich downloads im hintergrund habe also ich habe ja bei steam einfach die downloads angelassen ähm vorher müssten wir doch mal irgendeine stadt ne check back also die haben wir doch nicht freigeschaltet oder nee dachte ich mir schon da unten juli dann brauchen wir mal eine world shaping zack und zwar funny g obwohl obwohl doch der macht physischen angriff hoch reiner so dankeschön solaro das sieht genauso aus wie diese andere stadt och ist das euer ernst nehm 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 sak es kämpft bekämpft eure kinder bekämpft eure eltern bekämpfte eure liebe beautor knopx Ich liebe es, Emotionen von Menschen zu zerstören. Was ist schon Liebe? Was ist überhaupt der Sinn von Freundschaft? Alter, voller Psycho, ey. Bitte vergiebe uns. Wenn das hier so weitergeht, dann wird die Stadt komplett zerstört werden. Ich flehe dich an. Bitte vergiebe uns. Was? Ein bettelnder alter Mann, der um Vergebung bittet? Dein Wunsch, dieses Dorf zu retten, nervt mich total. Du solltest als nächstes kämpfen. Wie ich mich daran erinnere, hast du doch eine Tochter, ne? Hahaha, bekämpfe sie. Kämpfe gegeneinander bis zum Tode. Ich werde denjenigen, der noch steht, ja, vergeben. Nicht meine Tochter. Bitte verschone sie. Wenn du das tust, ich... Alter, was ist das denn? Alter, eben haben wir noch so eine bekloppte Szene um Unterwäsche gehabt und jetzt sowas. Alter! Dieser verdammte Idiot, der sich selbst getötet hat. Wie nervig. Was für eine Verschwendung. Bring mir seine Tochter. Ich werde diese Köpfe und die Stücke hacken. Ähm, der scheint ja nicht ganz... Ach, das ist bestimmt seine Fee. Das ist bestimmt seine Fee, so wie sie sie aussieht. Hahaha, Wahnsinn. Ähm, ich mag da, wie das klingt. Ähm, ist der nicht von der Dorfer Corporation? Immer noch der gleiche, ne, Zink? Oh, du bist das, Pyga. Was ist denn? Bist du mir hier, um mir eine Belohnung zu geben, weil ich erfolgreich die Fury eingesammelt habe? Nun, als einer von Dorfers höheren Personen ist es wahr, dass es unsere Aufgabe ist, die Füße zu sammeln. Aber ich habe Orte von oben bekommen, um unsere Aufgabe zu erfüllen, durch mehr amikable Möglichkeiten. Ich weiß noch nicht, was Amir Kürbel heißt, aber ich habe... Kritikierst du meine Methoden? Er schießt nicht über den Boten. Die Anweisungen kommen direkt von ganz oben. Don't you understand? Deine Position als einer von Dorfers Top-Leuten ist der Böffentlichkeit bekannt. Aber wenn Leute herausfinden, wer du bist, ähm, und was du heute hier getan hast, könnte das irreparablen Schaden an Ruf der Company-Vorsahung. Also, über sinnlosen Mist zu reden. Du hast doch eine Familie, oder? Willst du sie bekämpfen? Ich wette, es wäre eine Menge Spaß, dabei zuzusehen, wie du deine Frau und ein kleines Mädchen bekämpfst. Das ist doch krank. Bitte, hör einfach zu, was ich zu sagen habe. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass es sinnlos ist, mit ihm zu argumentieren. Halt den Mund, du bleibst raus. Nebenbei, wurde die Fury des Dorfes sichergestellt? Oh, das. Keine Ahnung, ich muss hier irgendwo rum sein. Du weißt das nicht? Meister Zink. Meister Zink. Was ist es? Ich habe ein paar Außenseiter, Außenstehende gefangen, die meinen, die haben etwas mit dir zu erledigen. Was habe ich mit denen tun? Sie nennen sich selbst die Abenteuergruppe eines Helden. Helden, ja? Interessant. Bring sie zu mir. Ja, Sir. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns jetzt mal verschwimmen. Ich hoffe, ich schwimme zu. Ja, solltet ihr. Wenn die Himmels, die Erde und die Menschen kreien für einen Hero. Fang, der herrige Hero der Abenteuer, wird auf ihre Begegnung der Begegnung der Begegnung geben. Fang. Und dann die Musik dazu ist das euer fucking Ehren. Wir haben da gerade eine grausame Szene gehabt, wo ein Alter man sich umgebracht hat, damit er seine Korter nicht bekämpfen kann. Er muss. Ich frage gar nichts. Nun, wenn der Himmel, die Erde und die Leute nach einem Helden schreien, Fang, der mächtige Hero, der mächtige Held aller Abenteurer, wird ihren Ruf beantworten. Woosh! Du bist ein leidiger kleiner Bastard, Hero. Sag mir, was ist das Problem mit dem Woosh-Sound, den du gemacht hast? Sag mir, was ist das mit diesem Woosh zu tun, den du gerade gemacht hast? Ist das nicht klar? Also, ist das nicht eindeutig? Das war einfach der Klang des Windes. Oh, du machst einfach so Sound-Effects, wie dumm. Sag, du verfluchter Bösewicht. Übergebe mir die Fury des Dorfes und kämpfe gegen mich. Haha, mich herauszufordern braucht echt Eier, Kind. Sehr interessant. Ich mag das. Ich mag es sogar sehr. Ich sag dir was. Warum haben wir nicht ein kleines Turnier? Ein Turnier? Ein Turnier? Warum nicht ein König, um das irgendwie veranstalten? Äh, wo ist der König? Du siehst ihn gerade an. Wenn du fünf meiner Männer vernichtest, kannst du die Fury haben. Ha! Es macht keinen Unterschied, ob du mir fünf stehst oder hundert. Ich werde sie alle vernichten. Na los. Okay. Ups, ich habe fast vergessen. Wenn ich verletze, werde ich dir die Fury geben. Aber wenn du verletzt, werde ich dich nicht töten. Hä? Ups, ich habe es vergessen. Wenn ich verliere, gebe ich dir die Fury. Aber wenn du verletzt, werde ich dich nicht töten. Stattdessen musst du diese Frau da töten. Mie? Mie? Nichts entgeht nach mir. Ich kann sagen, dass sie dein Hauptschweiz ist. Ich werde nie langweilig sehen, wie Liebende sich gegenseitig töten. Es ist definitiv das beste Gefühl der Welt. Zank, stopp, stopp. Halt den Mund. Du wachst es mir doch wieder setzen. Er behandelt seine eigenen Leute so? Er ist grausam. Fang und ich sind bestimmt keine Liebenden. Darüber bist du wütend? Sie ist richtig. Wir sind total nicht. Okay, okay, mit ihm zu argumentieren bringt überhaupt nichts. Seid ihn einfach, ihr seid ineinander total verliebt und... Don't worry, Fang wird nicht verlieren. Ist das nicht wahr, Fang, die Heroic? Was? Macht euch keine Sorgen. Fang wird nicht verlieren. Oder Fang? Das stimmt. Das wird total einfach. Du verlierst besser nicht, denn sonst wird jeder denken, wir werden wirklich Liebende. Dann werde er dir niemals vergeben. Ich denke mal, du musst deine Prioritäten so ein bisschen... Besser einordnen. Lass die Spiele beginnen! Was ist mit diesem Kerl? Wir haben uns total... ...einzingelt. Was ist das denn? Was soll dieses Turnier? Wenn diese... Informationen... Wenn diese Nachrichten nach draußen bringt, zur... ...der Öffentlichkeit, wird der Präsident mich anschreien. Hauptsache, dass... Hey, wo ist Tiara hin? Sie ist einfach verschwunden. Riechst du auch? Sag mir nicht, Tiara ist weggelaufen, weil sie denkt, wir verlieren. Die Weilezeit ist vorbei. Das Turnament beginnt jetzt. Die Nächste muss eine gute Schau hin, die heroische Bastard. Wie gut ist das Sound? Dass der Soundeffekt so viel lauter ist, als die Stimmen. Klar. Aber mach die Brüste nicht in die Hosen, wenn ich meine ganze Kraft... Los geht's, Aaron. Tiara left the party. Ja, they left the party. Sag mal, kämpfen wir eigentlich Nuno mit Fang jetzt? Bei mir kämpfen wir Nuno mit Fang, kann das sein? Boah, der Schaden ist so gut wie nicht vorhanden von denen. Ja, ich will... 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 Soja... Einer erledigt. Oh, nicht schlecht. Als Preis, dass du den ersten Kampf gewonnen hast. Ja, werde ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe die Frau von dir verraten, während ich dich hierher bringe. Ich bin sicher, dass sie in einem Dungeon verraten wird. Na, während wir unterwegs waren, habe ich diese Frau gefangen genommen. Ich wette, sie verrotet gerade in diesem Kerker. W-What did you say? Was hast du gesagt? Tiara... Was ist geabt? Tiara wurde... Gefangen genommen? Hm. Sie ist wirklich ein sehr süßes Ding. Ich bin mir sicher, wir können einen Nutzen für sie finden. Warum, du? Aber du... Ich werde sie nach dem Tournament zurückkommen. Ich werde sie nach dem Tournament zurückgeben. Nur, wenn du verlierst. Äh, gewinnst. Entschuldigung. Er ist gut. Ja, er spielt Gedankens-Psychospielchen mit Fang, um den Mittel halt aufzubringen. Ah, beruhig dich Fang. Wenn du dich so aufhegst, dann schmitzt sie ihm nur in die Hände. Das weiß sie bereits. Fang. Wer ist der Nächste? Komm. Das ist einer seiner Männer? Ein Untoter? Ich frag gar nicht. Nein, ich wollte dich schützen. Ich wollte Sirius' Face machen. Nein, ich wollte ihn nicht schützen. Nein, ich wollte ihn nicht schützen. Let's do this. Slash! Slash! Let's do this. Slash! 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 That was nothing. Woohoo! Awesome job, Fang! At this rate, you'll defeat all five enemies in no time! Klasse, Fang! Wenn du so weiter machst, dann wirst du alle fünf in kürzester Zeit für mich besiegen. Damn right! Genau! I got him all shook up and that useless idiot still couldn't kill him! Ich hab mich total durcheinander gebracht und diese nützlosen Idioten konnten ihn immer noch nicht töten. Nächster! Ready? Is this? Was ist das denn? Attack Squad? What? Was hat der denn für ein Männer? Okay. Oha. Ich war mir jetzt mal ein bisschen SP noch auf, falls wir gleich noch nicht mit dem Sägen kämpfen müssen. Tja. Er hat dreimal hintereinander gewonnen. Halt die Fresse. Alter, der ist halt in den Fegel geschlagen. Hey! Du weißt genau, was passiert, wenn ich angepisst werde, oder? Ja, klar, Sir. Ich werde sicher gehen, ich werde sicher gehen, dass ich ihn besiege. Ich werde sicher gehen, dass ich ihn besiege. What the fuck? Das war ein Soldat und jetzt steht hier so ein ganzer Clown? Oh! 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 Ohohohohoho Ähm Einmal heilen Dann werde ich also mal kurz Was haben wir hier? Ultra Adler Ja ich muss Ultra Adler nehmen Der war schon ein bisschen stärker Und noch einer Noch einmal gewinnen und dann bekommen wir Tiara und die Fury Oh wie grausam Er war einer deiner Männer Wo bin ich? Ja Leute Aber bevor wir sehen ob wir Tiara retten können Und ob wir Senk aufhalten können Das sehen wir erst beim nächsten Mal Ciao ciao Ciao